Hi, ich bin der Martl und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Review hier auf Penread Music. Und heute geht es um das Debütalbum von Nina Chuba. Klaas, wie ihr hier sehen könnt. Nina Chuba hat ihr Debüt rausgebracht vergangenes Jahr. Sie ist ja richtig, richtig abgegangen. Wir haben das schon ein paar Monate davor so mehr oder weniger prophezeit, nämlich in einer Folge von Abgehört. Da haben wir folgendes gesagt. Nina Chuba, Feminal. Ich sage es euch immer wieder, ich bleibe auch dabei. Am Ende des Jahres wird Nina Chuba zu den hundertprozentigen Aufsteigerinnen dieses Jahres zählen. Feminello fällt mit einer Reggae-Stimmung auf, bleibt wegen den Drums, aber aggressiv und später wieder ganz locker. Das liegt auch an den Bläsern, die wieder mal daherkommen. Nina hat ja einen fantastischen Vortrag, bleibt wie immer, sich sehr treu. Die Vocals sind sehr grundaggressiv, mehr oder weniger mit einer gewissen Prise Fuck-Off. Dieser Mix aus Rap, aus Reggae und diesen gesungenen Refrain, heißt es, es wird einfach nicht langweilig. Das ist etwas ganzes Feines. Ich feiere es extrem. Also Nina Chuba ist schon so eine Artist, die man sich sehr, 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 sehr stark merken sollte und wer es noch nicht getan hat, unbedingt auschecken sollte. Und ich glaube, das ist auch wirklich so passiert. Also sie hat sich wirklich manifestieren können in den Charts. Sie ist mit diesem Wildberry Lillay-Ding vollkommen abgegangen. Es war ein Sommerhit. Ich glaube, wir müssen über diesen Song nicht mehr viel sprechen. Er wird dem einen oder anderen sicherlich schon zum Hals raushängen. Mir persönlich geht es zumindest so. Das war Wildberry Lillay und diesen Song gibt es mit 17 weiteren auch auf diesem Album zu entdecken. Im Gegensatz zu anderen Künstlerinnen ist es bei Nina nicht so, dass sie jetzt vollkommen sich nur dem Herzschmerz hingeben möchte, sondern schon auch die ein oder andere sehr positive Stimmung mit dabei hat. Sehr viel Dancehall, sehr viel Reggae, sehr viel Reggaeton gibt es hier, aber natürlich auch die klassischen Rap-Pop-Nummern, die mittlerweile einfach so extrem angesagt sind. Man kann aber auch sagen, von diesen 18 Tracks hat man 9 schon gekannt. 9 satte Singles sind schon veröffentlicht worden. Also man hat eigentlich die Hälfte vom Album wirklich schon einmal gehört, bevor eben Glas jetzt tatsächlich rausgekommen ist. Blickt man auf die Konologie dieser veröffentlichten Singles, fällt vor allem eines auf. Es gibt eine große, große musikalische Vielfalt bei Nina Chuba. Zunächst war neben mir eine wunderbare, straighte Pop-Rap-Ballade oder so ein Pop-Rap-Song. Hat mir damals schon sehr gut gefallen. Finde ich auch im Jahr 2023 noch sehr gut. Allerdings ist es so ein Song, der zumindest einmal in der Bridge gewisse Schwächen offenbart. Da gibt es keinen großen Höhepunkt. Da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber bleibt für mich trotzdem noch einer der stärksten Songs im generellen Repertoire von Nina Chuba. Wirklich schön gemacht. War auch einer der ersten deutschsprachigen Songs von Nina Chuba, die ja davor hauptsächlich auf Englisch gesungen hat. Dann ist sie umgestiegen auf Deutsch. Und das hat sich, glaube ich, ziemlich als gute Entscheidung herausgestellt. Das kann man auch sagen. Man hört eben auch auf diesem Song die ein oder andere stimmliche Grenze, die Nina hat. Aber trotzdem, es ist eigentlich ganz solide gewesen, was sie uns gezeigt und präsentiert hat. Alles gleich. Die nächste Single, die hat dann zum ersten Mal so dieses Reggae-Zeug dahergebracht. Das ist das, was Nina auch sehr auszeichnet. Dancehall-Beats, bisschen mehr Feuer, viel Stimmung in den Strophen, aber auch im Refrain. Und man soll einfach ein wenig eskalieren dürfen. Man soll sich wohlfühlen können. Und das ist bei Allesgleich schon auch der Fall. Das ist relativ cool gewesen. Das war so der erste Vorbote für Reggae-Nina. Das steht ihr auch ganz gut. Und da gibt es diese Genre-definierenden Elemente, die sie aber auch immer wieder ausbaut. Mit so ein paar Kleinigkeiten oder Feinheiten, wie eben hier einem Klavier. Das finde ich ganz cool. Und ja, der Rest wird dann von Ninas Rap erledigt, weil sie ist immer noch Rapperin. Beziehungsweise kommt aus dem Rap-Genre. Und das ist eigentlich ganz okay. Diesem Song hätte noch ein wenig mehr Entwicklung gut getan. Man bleibt da schon immer ein bisschen auf der Stelle stehen. Aber andererseits muss man sagen, es ist ein Reggae-Song. Man darf also auch nicht zu viel Entwicklung erwarten. Tracksuit Velour ist dann zu drei Vierteln ein richtig starker Pop-Rap-Track. Mit einer ganz feinen Hook. Sowohl gesanglich extrem ansteckend, als auch wirklich mit feinen Strophen. Musikalisch sehr gut gemacht. Allerdings ist die zweite Strophe, der Start der zweiten Strophe etwas, das mich immer noch stört. Weil danach geht es richtig ab. Da gibt es dann einen schönen Aufbau. Da gibt es dann nochmal eine kleine Eskalation zum Schluss. Das ist alles ganz fein gemacht. Die Gitarre auch cool. Also man kann sich da definitiv verlieren in diesem Song. Aber trotzdem, dieser Start der zweiten Strophe, der klickt bei mir nicht so richtig. Mit dem Track, ich hasse dich, wollte sie sich dann wirklich aggressiver nochmal zeigen. Hat sich auch Chapo102 an die Seite geholt. Man gibt da wirklich alles raus an Hass sozusagen. Auf einen sehr Kraft-Club-lastigen Beat. Der aber trotzdem dann der letzte Wumms noch fehlt. Das ist alles so Hass mit so Plüsch-Handschellen. Also man sagt halt, dass man hasst. Aber so richtig der Funke des Hasses springt bei mir dann nicht drüber. Ist irgendwie alles viel zu nett. Besser steht hier dann sowas wie Glatteis. Glatteis hat mich komplett abgeholt. Finde ich super cool. Ganz viele ruhige Elemente in der Strophe. Der Aufbau dann zur wirklichen Eskalation in der Hook. Das gefällt mir gut. Da gibt es dann Dancehall-Beats. Da passt sehr viel zusammen. Das kann genauso klappen. Vor allem, weil Nina auch keine wirklich komplett großen Nonsens-Texte auf solche Beats und in solche Thematiken reinpackt wie eben hier. Fieber zählt dann zu den ruhigsten Nummern dieses ganzen Albums. Das ist voll okay. Das passt auch. Das kann man durchaus auch einmal so einstreuen. Das ist auch einer jener Tracks, wo sie am meisten singt. Aber da hört man dann auch die ein oder andere stimmliche, sagen wir mal, Grenze, die es so gibt. Aber trotzdem, es hat eine absolute Berechtigung. Es ist so ein klassischer, neu-moderner Popsong. Da wird nichts neu erfunden, aber voll solide. Bleibt noch Mangos mit Chili als letzte Vorab-Single. Das ist auch gleichzeitig der Opener von Glas. Das ist wirklich sowas, wie Seed gemacht hat, wie die frühen Seed gemacht haben. Viel Dancehall, fette Bläser. Absolut große Präsenz von denen. Dancehall eben, wie gesagt. Nina ein bisschen am Flexen. Voll okay. Auch wenn Mangos mit Chili wahrscheinlich nicht das beste Gericht aller Zeiten sein wird. Und trotzdem, auf dem Track ist es eigentlich ganz cool. Und sonst, die restlichen neun Tracks, da geht es mir eigentlich ähnlich wie mit den Singles. Das ist ziemlich durchwachsen. Da gibt es gute, da gibt es schlechte, beziehungsweise nicht so starke. Und da ist eigentlich so ziemlich viel dabei. Nina hat sich ja auch die ein oder andere Unterstützung zur Seite geholt. Sei es beispielsweise Mayan auf dem Song Mondlicht. Mondlicht, eigentlich ein Reggaeton-Beat. Hat mir eigentlich natürlich zugesagt. Hab mir gedacht, die ziehen es jetzt durch. Komplett auf Deutsch Reggaeton zu machen, wäre spannend gewesen. Mayan dann aber dafür in seinem Part viel zu R&B-lastig. Viel zu sehr wie Schmidt. Also der wollte da Schmidt komplett kopieren. Sehr, sehr schwierig für mich. Der Track mit Provinz ist ein kompletter Reggae-Song. Klassischer Reggae-Song. Da braucht man eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen. Wer auf Reggae steht, wird diesen Song mögen. Alle anderen eher nicht. Nett gesungen, alles okay. Aber mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Alte Bilder und Sakura haben sehr feine Hooks und auch ganz solide Strophen. Das passt. Und Freitag hat mich dann erinnert, in Ninas Intonation an Bowser. Okay, kann man so machen. Kann man wirklich mal probieren. Generell gibt es da sehr viel Drive, eben wie man ihn vielleicht auch von Bowser kennt. Solo und Lights Out sind von Rosalia beeinflusst worden. Das hört man ganz, ganz deutlich. Da gibt es viel Reggaeton, viel Text, viel Drive nach vorne. Passt. Auch viel Selbstliebe mag ich. Nina, das geht wirklich gut. Das steht ja auch sehr gut. Kommt insgesamt einfach gut an bei mir. Die größte Ballade folgt dann noch mit dem titelgebenden Track Glass. Ja, das ist die größte Ballade. Da wird wirklich viel gesungen. Wird eigentlich nur auf ein Klavier zurückgegriffen. Und das ist sehr schön gelungen, muss ich sagen. Sehr straight singt sie hier über ihre Verletzlichkeit. Holt sich auch noch den ein oder anderen Chor so mit dazu. Hat mich ein wenig an Billie Eilish oder Olivia Rodrigo erinnert. Da gibt es dann tatsächlich mal sowas wie Tiefe. Das war auch noch schön gemacht. Vermutlich die stimmlich beste Leistung für mich auf diesem Album ist auch dieser Track Glass gewesen von Nina Chuba. Und dann bleibt noch Tinnitus. Da geht es ähnlich zu wie auf Glass. Wieder ein Klavier. Allerdings setzt nach und nach der Beat ein. Gibt es mehr Wumms, mehr Drive von Nina generell. Also da wird wieder schneller zur Sache gekommen. Da gibt sich eine sehr feine Harmonie. Und dann sind wir auch schon durch gewesen mit diesem Album. Mit diesen 18 Tracks. Generell muss man sagen, Glass ist jetzt kein Album, das diese Musikwelt neu erfinden wird. Es ist aber ziemlich fein. Es ist eigentlich so ein richtiges Album zum Spaß haben, zum gute Laune haben. Es versprüht sehr viele gute sommerliche Stimmungen. Und das ist eigentlich einfach was, was man so richtig schön ballern kann, ohne jetzt viel nachdenken zu müssen. Ich muss auch sagen, Glass ist wirklich toll aufgebaut, sehr gut produziert. Es gibt sehr viele verschiedene Genres, die aber trotzdem einen gewissen roten Faden mit sich bringen, weil es ja jetzt nicht die komplette Genre Flut ist, sondern sich man schon da unter einem gewissen Mantel befindet. Das passt sehr gut. Und ich glaube auch, dass Glass ein Album ist, dass Nina definitiv auch noch genügend Spielraum lässt, um in Zukunft dann sich weiter entfalten zu können. Fürs Erste war das aber ganz cool, deswegen gebe ich ihm 6,8 von 10 Punkten. Das waren Nina Chuba und Glass. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte kommentiert es, liked es das Video, abonniert es auf den Kanal, das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei einer neuen Review hier auf Penread Music. Bis dahin schiebe ich euch alles Gute und ciao. Bis dahin schiebe ich euch.